Einen wunderschönen guten Tag die Herrschaften. Hallo. Hallo. Heide. Heide und Volker. Heide und Volker. Ich werde zweimal Heide hier stehen. Das ist aber schön. So und jetzt wird hier ordentlich Goldschmuck angeschleppt, der weg soll. Jetzt muss ich auch mal fragen, Heide, den hast du doch bestimmt mal von Volker geschenkt bekommen, oder? Nein. Nein? Nein. Den hat meine Mutter sich, als sie schon sehr alt war, gegönnt. Da hat die 80-jährige Dame sich gut beraten lassen vom Juwelieren. Die hat ihr was sehr, sehr Gutes, Modernes verkauft. Sie hatte dann kaum je Gelegenheit, ihn noch zu tragen und trug ihn dann nur mal zum Arzt. Ach Gott im Himmel. Ja. Dann, lieber Heide, Gold, und das sieht mal mächtig nach Gold aus. Ich finde es erst mal sehr interessant gemacht. Ja, die Oberflächen sind insbesondere sehr interessant naturinspiriert. Ja. Man deutlich, so organische Formen. Das Besondere ist, dass diese Entwürfe nie kitschig sind oder so nach 70er aussehen, sondern sie sind immer nur Inspiration von so kruden Oberflächen, von Kristallen, von Felsen. Und eindeutig ist es Laponia-Schmuck, Markenschmuck mit hohem Wiedererkennungswert. Dieses Stück haben einen absolut hohen Wiedererkennungswert. Es ist ein richtiges Marken. Ein richtig guter Markenschmuck. Und diese Ideen, die sind wirklich aus der nordfinnischen Landschaft, Lappland. Und hier haben wir auch ein wirklich schönes, sattes, gelbes Gold. Zwar wohl nur 585er, aber ich nehme an, die Anteile hier an Kupfer sind hier wesentlich höher als die Zugabe von Silber. Deswegen wirkt es so satt. Nicht nur das Collier in 585er Gold, sondern auch das Armband. Und das finnische Punzensystem ist immer sehr leicht und deutlich zu lesen. Hier steht eigentlich alles darauf. Auf der Schließe rückseitig Laponia, also der Markenname. Daneben 585, die Legierung. Und hier auch das finnische Beschauzeichen, nämlich eine kleine Krone in einem Herz. Und zugleich noch eine Jahreszahl. Und die weist auf das Jahr 1972. Und darunter hat sich auch noch der Designer verewigt, nämlich Björn Weckström aus Finnland. Und das ist ein Kürzel dafür. Also Finnland Björn. Und diese einzelnen Glieder hier sind gegossen worden und sehr schön weich aneinander geschmiegt. Auch wenn sie nur einfach miteinander verbunden sind über Ösen. Aber durch diese kleine Abstufung bewegt es sich eigentlich wunderbar. Und die Öse ist gar nicht sichtbar. Und es schmiegt sich gut um den Hals herum. Es ist nicht nur gegossenes Gold. Nein, es ist wirklich, es hat Hand und Fuß. Im Gegensatz zu diesem Stück. Hier meint man eigentlich auch deutlich, das könne auch Laponia sein. Aber wenn man das hier um den Arm herum legt, sieht man doch deutlich, wie hier die einzelnen Glieder doch ungelenk abstehen. Und tatsächlich ist dieser Schmuck nicht entsprechend gestempelt mit Laponia, sondern es ist ein Nachahmerprodukt. Sie hat es nacharbeiten lassen. Sie hat sich das gekauft. Und das weiß ich, dass sie sich den anderen hat nacharbeiten lassen. Genau. Man erkennt es natürlich auch rückseitig an dem etwas einfacheren Guss. Aber spätestens wenn man es trägt, dann sieht man doch deutlich die Qualitätsunterschiede. Ja, aber da ist auch kein Hersteller bei nichts. Es gibt hier eine kleine Goldschmiedekennung von einem eher unbekannten Goldschmied. Also das kann ich nicht auflösen. H, J, H. Auf jeden Fall bestimmt auch aus Deutschland kommend. Der würde dann verpflichtet, mach mir das bitte so wie die große Laponia. Ihr Lieben, jetzt haben wir einiges erfahren. Was würdet ihr denn gerne haben wollen dafür? Ich weiß nicht mal den Goldpreis. Und würde sehr, sehr gerne eventuell 1000 Euro. So nett und vorsichtig eventuell 1000 Euro. Ja, dann probieren wir doch einfach mal. Weil ich so gerne es meinen Kindern oder Enkelkindern ein bisschen davon weitergeben würde, in ihrem Sinne. Das wird jetzt ganz genau gewogen und die wird sicherlich eine Überraschung erleben. Der Goldwert liegt hier schon bei 1956 Euro. Da freut sie sich. Ja. Ah. Ja. Aber immerhin würde ich beide Stücke mit 2300 bis 2500 Euro beziffern. Na, das ist ja wunderbar. Das hört sich sehr gut an. Dankeschön, liebe Heide. Ja, da würde ich doch sagen, das Händlerkärtchen kriegt auf jeden Fall. Das ist eine gute Schätzung. Laponia wird immer mit drei bis fünf Euro pro Gramm über den normalen Goldwert gehandelt. Und das andere Stück ist auch ein bisschen mehr wert als nur den Goldpreis, weil es ja dazu passend ist. Wenn man das Glück hat, es zusammen zu verkaufen, kann man auch da einen Synergie-Effekt rausholen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ein Täschchen. Da ist wahrscheinlich gelb drin. Danke sehr. Sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Täschchen ist schon sehr edel. Da bist du wieder scharf drauf. Machen wir das mal auf. Und dort liegt ein Knopftäschchen. Ein ganz schweres Collier. Laponia. Da, Lisa weiß natürlich sofort von Weitem, was es ist. Sie hat nicht drauf geguckt, aber hat es sofort gesehen. Das ist der Blick der Schmuckhändlerin. Ja, nicht schlecht. Das ist Laponia, wie ich vorhin erfahren habe, bei der Expertin. Ja. Und das Armband ist nachgearbeitet worden. Naja, das ist kein Laponia. Das gehörte meiner Mutter. Und sie hat das wohl, ihr hat es gut gefallen. Und dann hat sie im Stil quasi das nachgearbeitet. Ja, ja. Schönes Gold. 585 Gold Stempel. Ja. Und ein Juweliersstempel ist drin. Und Laponia produziert noch heute. Also das ist eine Manufaktur, die nach wie vor sehr, sehr schönen Schmuck herstellt. Ja. Ist relativ schwer. Immer. Laponia hat immer ganz, ganz schweres Gold verwendet. Material, das ganz massiv ist und nichts anderes sein will außer Gold. Sehr schön. Das würde ich als etwas wertiger einschätzen. Ja. Ich finde es auch zeitgenössischer von Design her. Ich finde das Design. Die Expertin kannte auch den Designer. Der hatte sich da auch verewigt. Ja. 91,7 Gramm. Irgendwas mit Björn, ja. Ja. 50 Gramm. Ja, also dann würde ich mal anfangen bei 2000 Euro. Ja, perfektes Startgebot. Also es passt nicht zusammen, finde ich. Also nicht im Detail. Aber ich warte den Knöppel hier ab. Ich mache mal weiter mit 2200 Euro. Der Goldton ist minimal abweichend. Aber man hat es ja nicht aneinander die ganze Zeit. Ja, ja. Durch dies Nachahmen. Also ich würde noch 2300 bieten. Ja, aber da ist dann die Luft auch schon relativ dünn. Ja, das ist genau der Preis, zu dem es gehandelt wird. 2350 von mir. Ja. Ja, ich habe damit auch was Bestimmtes vor. Ich habe sieben Enkelkinder. Oh, klar. Toll. Nein, du hast acht. Ich bin jetzt auch dein Enkelkinder. Ich will auch was abhaben. Ah, Walli. Der Schmuck stammt von der Großmutter und ich weiß, dass es in ihrem Sinne wäre, wenn ich es an meine Enkelkinder weitergebe. Ja, ist doch schön. Genau. Also Neukosten, die sehr viel mehr. Gold ist im Moment teuer. Ich gebe Ihnen 2400. Da sage ich ja. Schön. Das freut mich. Das war einfach nur ein Sympathiekauf. Ich fand das klasse, wie die das gemacht hat. Und ich habe es echt gerne gegeben. Ich habe es auch verkauft. Natürlich. 200. 300. Und da sind die 400. Wunderbar. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen. Sie freut sich und die Enkel auch. Und die Enkelkinderchen sind auch froh. Schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Im Händlerraum war es sehr aufregend. Aber das Ergebnis hat mich begeistert.